Ich denke, ich tue ihn doch nicht mal mit ihm treffen, weil er will ja kein Kind mit mir, also warum sollte ich mich noch mit ihm treffen? Wenn der Mann mit mir ein Kind haben will, dann können wir heiraten. Und wenn der nicht mit mir ein Kind haben will, dann können wir nicht heiraten. Aber wenn der mit mir eine Familie gründen will, dann müssen wir aber heiraten. Aber ich treffe mich, ich will aber nicht mehr mit ihm treffen. Und er will kein Kind mit mir haben. Mann, ich treffe nicht mehr mit ihm. Er will nicht mit mir eine Familie gründen. Dann treffen wir uns nicht mehr. Untertitelung. BR 2019